Hallo, wir sind das CSD-Team. Wir planen in diesem Jahr am 21. und 22. den CSD in Bremen. Wir werden auf die Straße gehen. Was machst du? Komm mit zum CSD zur Demonstration am 22. in die Bremer Altstadt und geh mit uns und kämpfe für die Rechte von LGBTIQ-Personen.